Herzlich Willkommen! Hallo! Nerdybirds vom Geekstübli mit der Folge 8 vom Super Mario Odyssey. Yay! Wir sind da gerade in dem... Im Schnickserland. Im Schnickserland. Ein Schnicksel. Genau. Oh, hey, schau mal, was ist da drin? Ja, etwas Goldiges, etwas Goldiges. Genau, eigentlich sind wir da schon fertig. Ah, ja, aber einen Monat mehr oder weniger. Genau. Kann nicht schaden. Nein, nein. Gesundheit. Aber jetzt können wir eigentlich gleich weitergehen. Wir sind genug lange da gewesen und du hast ja gesagt, dass das nicht dein Lieblingsland ist. Überhaupt nicht. Nein. Darum würde ich sagen, gehen wir weiter. Machen wir. Wir benötigen 8 Monate, wir haben etwas Doppelte. Oh, Entschuldigung. Raffi. 2, 4, 6, 8. Und es geht viel weniger. Was waren 16 Monate oder so? Weiss nicht. 23. 23. Und jetzt haben wir... 40. Wow, okay. 17 Monate. Ja. Glück gehabt. Glück gehabt haben wir. Also wirklich. Jetzt darfst du noch andrucken. Andrucken. Ja. Warte schon. Wenn immer du bereit bist. So. Einfach, dass ich sehe, dass es aufnimmt. Wir sind wahrscheinlich in der Panik. Ja, das ist okay. Okay? Ja. Okay. Gut. Das ist unser nächstes Land. Das ist das Land mit der besten Musik aller Zeiten. Oh, ja. Das ist wirklich ein tolles Land. Ich bin neidisch, dass ich das nicht spielen darf. Ha! Aber ich darf es hören, von daher ist es gut. Ja, ich geniesse es. Mhm. Ähm. Sollten wir vielleicht den Fernseher noch etwas leiser machen? Meinst du? Für unsere lieben Zuschauer, ja. Rüchte Koppelung und so, ist nicht so geil. Da gehörst du ja fast nichts. Ja, nur ein bisschen. Nächstes Mal müssen wir Kopfhörer anlegen. Yes. Wirklich? Ja, das ist gut genug. Geht das so? Ja, ja. Ja, das Blödsinn da, Drehwurf. Das kann man alles. Wir sind Profis. Wir sind superpros. Wir sind absolute Megapros. Genau. Für die, die das jetzt vielleicht nicht merken, das ist eine neue Session, die wir jetzt am aufnehmen sind. Sagt es doch nicht. Nein, es ist okay, es ist okay. Die Leute haben ja nicht das Gefühl, dass wir da zwei Tage lang einfach voll dran gehockt sind. Machen wir runter. Ich habe nicht gesagt, wann diese neue Session passiert ist. Man sieht es vielleicht an Datum. Jetzt hören wir vom Datum reden, Rafi. Die Leute sollen es nicht merken, wenn wir das aufnehmen. Das ist das Ziel. Es ist, wenn, egal. Hauptsache sie wissen nicht, wo wir das aufnehmen. Stimmt. Beim Rafi Dihaai. Ah scheiße, ich habe sie ja auch im ersten Video. Ja, hast du. Ich habe das Video gerade am Anfang. Du siehst. So viel zum Datenschutz. Du stellst dir selber ein Bein. Aber wir haben die Adresse noch nicht den Preis gegeben. Ja. Das würde ich auch hoffen. Entschuldigung oder so. Ja, ist okay. Fahr zum Himmelsgarten. Juhu. Ich finde das Land so doof. Wirklich? Ja, nein. Ja. Da sieht es schön aus. Und ich hätte ein wenig. Ähm. Nachher. Hörst du das? Diese unglaublich coole Musik. Ja, das ist ein wenig. Das sind auch so komische Spritzkannenroboter-Dingens. Oh. Ein UFO. Ja. Jedes Land muss seine eigenen Lebewesen haben. Das ist sehr wichtig. Ja. Und ich finde es mega cool, dass sie da wirklich so kreativ waren. Und eigentlich so. Nicht nur da haben wir grüne Menschen, da haben wir blaue Menschen, sondern da hast halb mechanische, lebendige Spritzkannen. Okay. Warum nicht? In einem Waldsetting. Finde ich gut. Ja. Ich will mal wissen, was es da zu holen gibt. Oh, wow. Der Abenteurer. Ja. Und das Laboroutfit. Ich weiss zwar nicht, warum man das braucht, aber... Das Laboroutfit. Damit es cool aussieht. Ja, das ist nur für cool. Und es ist es auch. Gut. Wie das andere Outfit eigentlich auch. Du brauchst es einmal, um mich reinzukommen. Und dann brauchst du es ja nicht mehr. Oh, jetzt? Ja. Der stellt immer die schwierigsten Fragen. Oh, hallo. Ja. Danke vielmals, dass ihr auch mein Käppchen begrüsst. Ich finde das sehr wertvoll. Ja, das ist angenehm. Ich finde es auch witzig, wie sie da immer den Bowser so schnell das Köpfchen reinnehmen. Ja. Sehr interessant. Also, was ist in diesem Land begehrt? Ähm, Holz. Nein. Nein. Was? Fehler? Hm, okay. Du wirst deine Zeit sehr weise einsetzen, sehe ich. Ja, ich wollte gerade direkt spoilern. Das ist kein Spoiler. Das ist ein Let's Play. Die Leute wissen, auf was sie sich einlernen. Ja. Auch wenn es nicht mit Let's Play angeschrieben ist. Tsch. Pudu. Tsss. Uidu. Uidu. Hashtag. Der Hashtag Freddy. Achtung. Hallo, das wollte ich nicht. Also wir haben da sowas... Ah, hört es. So cool. Der Sound geht wirklich ab. Es gibt eine 30 Minuten Version von dem Lied, die man online hören kann. Oh, das war sehr smooth. Fast schon gegangen. Nein, das ist alles bewusst. Und hat er es auch? Nein, das habe ich nicht gesehen. Also komm. Also, jetzt sind wir am Gamen. Jetzt kann ich dir eine Story erzählen. Ich bin gestern die Justice League geschaut. Oh, und? Er ist gut. Er ist gut. Wirklich? Ja. Also er ist gut, wow, shit, das ist geil. Oder ist das ein cooler Film? Irgendwo zwischen denen. Eher als zweiter als erster. Es ist ein cooler Film? Ja. Es ist nicht einfach, hey, wir möchten jetzt wie Marvel, yay. Nein, nein, nein. Also du merkst schon, dass das Studio ein bisschen Angst hatte und langsam wollte ein bisschen mehr... Lustig sein? Nicht lustig sein, aber halt einfach ein bisschen von dem Grimdark wegkommen. Weil es halt einfach sehr, sehr düster war die ganze Zeit. Ja, also Batman ist schon ein verdammter Grimmiger Kalb. Ja, aber es macht schon Sinn. Weisst du, es macht in Universe, in der Story macht Sinn, dass Batman so grimmig war. 20 Jahre lang hat er seinen Job gemacht und ja. Es hat ihn langsam ein bisschen angeschissen und all seine guten Leute, die er rekrutiert hat, sind entweder gestorben oder rüber gelaufen. Stimmt, ja. Das ist echt nicht cool. Hey, hallo. Er hat in Superman einfach eine riesige Bedrohung gesehen und aus seiner Sicht hat das Sinn gemacht. Aber ich verstehe natürlich auch... Ich finde, es war einfach ein bisschen grösser Wahnsinnig. Grösser Wahnsinnig? Ja. Wieso? Ja, weil er gegen den Superman kämpft. Aha. Ja, ja. Du? Ich bin Batman, ich bin ein Mensch, ich kill den Superman. Fuck. Na ja. Eben, es ist nicht unmöglich. Mit der richtigen Vorbereitung kann Batman das fast mit allen aufnehmen. Ja, das ist nur, weil er so böse aussieht und so einen geilen Karren hat. Nein. Ist ja gleich. Ja, der Karren bringt nicht so viel gegen den Superman. Ja, einfach mal überfahren. Fertig. Der Punkt ist, die Justice League ist gut. Warum doch ein bisschen spoilern? Nein, ich darf nicht spoilern. Nein, die Leute sind nicht da für ein Justice League Review mit Spoilers. Nein, nein. Für die Leute, die noch auf der Kippie sind, wenn euch Wonder Woman gefallen hat... Und wie? Ich meine den Film, nicht Wonder Woman. Ja, ja. Wirklich? Ich finde es cool, dass einfach mal nicht so herziges Fraueli, neben Rollen, in ein paar enge Lederklamotten oder sonst irgendetwas, wo einfach krasse Karate aufs kann. Sondern wirklich starke Frau mit Hintergrund. Ja. Wow. Okay. Wirklich. Und das von mir. Das ist okay. Ja, ja. Super. Und ich finde auch, dass das wirklich mal nicht so übersexualisiert ist. Finde ich eben gerade cool. Ja. Sie ist stark, sie ist toll, sie ist so unschuldig dennoch. Ich sage es nicht einfach nur sexy, sondern Sexappeal, oder? Und ist einfach grauenhaft sympathisch. Also, dass es fast schon wehtut. Wow. Wow, wow, wow. Du schaffst es. Ja, wow. Sooo. Scheisse ab. Scheisse ab. Du kannst sie schmeissen und dann schütteln. Genau. Wow. Cool. Ja, ja. Ich spiele immer noch mit dem Pro Controller. Ja. Ich habe auch mit dem Pro Controller gespielt, und dann habe ich gemerkt, dass es mit den Joy-Cons einfach einfach spiel. Was ist da los? Was ist da drin? Ah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich nicht erwartet. Ja, mein Punkt ist, Justice League ist gut. Wenn der Wonder Woman gefällt, und... Und das wird dir gefallen. Ja, definitiv. Denn Wonder Woman ist ein fantastischer Film. Und der... Auch wenn er etwas lang geht. Justice League ist nicht so gut wie Wonder Woman. Aber er ist okay. Er ist mehr als okay. Ich finde, wenn ich auch nochmal etwas sagen darf... Nein. Hallo? Das, was ich im Trailer gesehen habe, ich finde, der Aquaman sieht so cool aus. Ja, er ist cool. Ich finde, sie haben es richtig gemacht, dass es so wirklich ein bisschen wild darstellt. Und... Was? Du siehst ein bisschen rutschen. Ich habe zu wenig Spaß. Danke. Oh, kein Problem. Wo bin ich gewesen? Dass es dann so wild darstellt und nicht auf so... Ja... Ja, ja, ja. Bin er halt ausgesetzt sonst in den Comics. Ja, er hat ein bisschen langweilig gewürgt in den Comics. Aber ich habe natürlich auch keine Aquaman-Comics gelesen. Von dem her... Es gibt sicher Leute, die mir zu sagen werden... Du hast keine Ahnung. Du kennst den Aquaman nicht. Und dann muss er sagen... Ja, stimmt. Ja. Aber... Ich bin auch der Meinung. Sie haben ähm... Die Version vom Jason Momoa ist ziemlich cool. Jason Momoa. Jason Momoa. Hey, hallo. Oh, dumm, dumm. Was laberst du? Was laberst du? Hast du nicht gelernt? Der ist alt, oder? Der ist nicht mehr cool bei den Kids. Nein, das ist nicht mehr so cool. Der ist nicht mehr cool bei den Kids. Ah, ist das hier unten gekommen? Soll ich dir holen? Die kannst du holen. Schnell! Nein! Verseit hast du, Raffi. Was? Okay, ich habe verseit. Ja. So, jetzt. Yes. So, jetzt. Nein, die Justice League ist wirklich cool. Es ist wirklich schön zu sehen, wie das endlich langsam zusammenkommt. Und, äh, die Charaktere, wie sie aufeinander reagieren und wie sie miteinander zusammenschaffen und so. Mehr als das, was wir in Batman vs. Superman gesehen haben. Sondern, dass es jetzt wirklich ums Zusammenschaffen geht. Ich finde am Schluss, wo, 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 wo... Halt, 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 halt! Halt, 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 halt! Halt, 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 halt! Ah, da hat sie ja etwas. Jawohl! Ah! Wow, Chris, ohne dich wäre ich echt verloren. Tja. Du musst halt auf kleine Schatten am Boden achten. Also auf dich? Das hat jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht. Doch, du bist ein kleiner Schatten. Nein, das ist jetzt einfach irgendein blabla gewesen. Ja, hauptsächlich etwas gesagt. Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt. Nein! Was, nein? Ich will den Boss machen. Ja, aber... Schaut das in zwei Minuten, drei Minuten. Was meinst du? Okay, ist gut, Zeit läuft. Los, 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 los. Ja, 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 ich habe drei Minuten Zeit. Bang, 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 Skill, Bro, Skill! Was meinst du eigentlich? Komm runter! Ja, aber ich wollte den Boss machen. Äh... Du darfst auch mal etwas machen. Nein, darfst nicht. Du hast den letzten Boss gemacht. Das stimmt. Ja, achso. Und ich habe es gut gemacht. Ja, ich mache es jetzt besser. Ich habe nur zweieinhalb Minuten. Was muss ich überhaupt machen? Das. Oh. Boing. Ah, ja. Kann ich den stoppen? Ich weiss es gar nicht mehr. Ah, ja, du kannst ihn, weil er macht seinen Kurs, einfach in die andere Richtung lenken. Damit er nicht das ganze Feld voll sabert mit seinem Scheiss. Machen wir einen Stern? Achtung! Oh. Er hat schon einen Stern gemacht. Raffi. Ja, 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 ja. Alles easy, Bro. Alles easy. Ja, ja, ja. Boing. Hey, draufgekumpen. Habe ich ihn gemacht? Ja, nicht auf sein Gesicht. Ja, noch eineinhalb Minuten. So, jetzt zeig dir gerade mal was. Ja, eben. Ah, das war ein mega Argument. Da weiss ich gerade nicht mehr was sagen. Ja, ja, ja. Was eben, eben. Der letzte, der so gut argumentiert hat mit mir, war er betrunken. Ja, was? Und du auch? Ich weiss doch nicht mehr. Ah, dann betrunkst du? Nein. Du bist mega. Ich trinke nicht, ich rauche nicht. Ich bin Jungfrau. Oh, du hast doch ein langweiliges Leben. Ja, aber dafür werde ich in den Himmel kommen. Ha! Ich lebe nicht zum Leben. Ich lebe, um im Nachleben ein besseres Leben zu haben. Siehst du, es macht absolut Sinn. Gut, du hast nur weniger als zwei Minuten gebraucht. Respekt. Uh, Baby. Es ist fast so, als hättest du es schon mal gemacht. Ich habe es noch nie gemacht. Nein, noch nie. Haben wir eigentlich jetzt schon genug Geld, um die Klamotten zu posten? Also genug Münzen? Ähm, ich habe nicht aufgepasst. Juhiii! Und du passest eh nie auf. Das ist auch nicht wahr. Ah! 18.11. Ja, ich habe auch gesagt, dass ich gestern die Justice League im Kino geschaut habe. Von daher kann es nicht im Oktober gewesen sein, als wir das aufgezeichnet haben. Niemals. 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 Cool. So, dann würde ich meinen, das ist ein guter Moment, dass wir uns in der nächsten Folge, wahrscheinlich in drei oder vier Tagen, was machen wir, zwei pro Woche? Zwei pro Woche, ja. Wir sehen uns, ähm, ja, beim Release von der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Kurz. Auf unserer Seite. Auf YouTube. Geekstübli. Genau. Liken, teilen. Denkt uns, denkt uns kommentieren, bitte. Ja, sagt mal, dass wir einfach, sagt einfach, dass der Chris stinkt. Ja, oder, dass der Raffi nicht gut gamen kann, oder, dass er ein riesiges Ego hat, oder so. Irgendetwas. Aber, yes. Wow, okay. Wow, was ist das? Ah, okay. Alles ist gut. Alles ist okay. Es ist Zeit zum Aufhören. Bye, bye. Bye. Wir müssen unbedingt... Das Abschalten. Haha. Den Ton aus, äh. Was ist, was ist das, was es gefällt? Ja, ich bin. Das Entsteckbeben. Nichts. Das Entsteckbeben. Ver Google.